Hallo liebe Miki-Train-Freunde, ich bin jetzt mal in Frankfurt am Main mit Blick auf den Hauptbahnhof und auf die Skyline. Man sieht zwar jetzt relativ wenig, es ist dunkel, da hinten fährt jetzt ein Zug. Wenn ihr den seht, dort ganz hinten fährt ein Zug, unbeleuchtet, der fährt wahrscheinlich irgendwie aufs Absteckgleis. Ja, man sieht zwar relativ wenig, weil es so dunkel ist, aber es ist total mega klasse, wenn man hier so die Skalle ansieht. Wahnsinn! Schon wirklich wahnsinnig. Vergrößte mal ein bisschen, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen mehr. Da kommt auch gerade ein Zug. Ja, das als kleinen Gruß aus Frankfurt. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Miki-Train. Tschö, tschö.